willkommen zurück zu assembly line tutorial ihr merkt sicher an meiner stimmlage das ende ja ihr seht ich habe wieder zwei maschinen oder insgesamt vier maschinen zwei verschiedene produktionssachen aufgebaut aber ihr seht auch da ist nichts mehr besonderes da und das ist auch der grund warum ich aufhören werde ich werde irgendwie noch was damit machen irgendwas werde ich noch machen keine sorge aber wahrscheinlich nicht so nah in der zukunft dran ich zeige es euch einfach mal wir haben hier die speaker ja lautsprecher einfach dafür braucht man circuits vier goldene kabel und vier diamanten kabel und das ist die maschine alles über dem laufband ist die maschine ihr seht hier sind zwei von diesen circuit maschinen und das andere sind einfach nur noch kabel das ist es das ist der grund die maschinen bestehen nicht mehr länger mehr aus das woraus sie eigentlich bestehen versteht was ich meine ihr reiht diese ganze maschine einfach aneinander und dann habt ihr es das war es vorher war es so bei den circuit maschinen zum beispiel da wenn man die gebaut hat weil sie so klein waren weil sie nicht so viele andere sachen brauchten konnte man die wild durcheinander würfeln und irgendwie das noch hinbekommen hier nicht irgendwann ist schluss und ihr müsst das so bauen sonst funktioniert es nicht und das ist im grunde alles was hier drin ist ja wir haben hier noch die verbesserte version von den speakern ein zweiter darunter das ist nicht mehr das ist einfach hier eine große fabrik für die circuits und dann haben wir hier doppelte einzel fabriken falls ihr wisst was ich meine mehr ist es nicht es besteht nicht mehr aus den teilen die man macht sondern einfach nur noch aus dem absoluten minimum was man dafür braucht ja es gibt keine möglichkeit mehr das weiter kleiner zu machen nicht einfacher machen hier ihr seht das an dem radio radio braucht ein circuit eine batterie für batterie braucht man circuit und dann braucht man noch eine antenne und dafür braucht man wieder kabel und mehr ist es nicht genauso wie hier unten es macht einfach keinen unterschied mehr es besteht nur noch aus diesen einzelnen segmenten die aneinander gereiht werden mehr nicht das ist der grund warum ich aufhöre und das ist der grund warum das hier fürs erste auf jeden fall das letzte video sein wird und das war es auch ziemlich ich weiß enttäuschend für die die es geliebt haben aber inzwischen schaut das auch so gut wie niemand mehr wirklich ich sehe das jedes mal wie das immer weiter nach unten geht immer auf dem letzten platz nach den aufrufen ist immer weiter runter von der wiedergabe zeit ist deshalb auch so ein kurzes video und ja ich werde das pausieren ich werde das nicht löschen also ich werde den fortschritt behalten und ich werde noch irgendwas damit anfangen mal schauen ja das war's und bis in ein paar monaten kann dann vielleicht in einem jahr tschüss